Volker Warhuna, hallo! Guten Tag Herr Warhuna, entschuldigen Sie die Störung, aber ich bin jetzt gerade hier an ihrem Feld, an 109, das sollte ich ja düngen und Herr Marlon meinte, sie bringen die Sachen her, aber hier steht noch nix. Bei mir am Hof. Achso, ja, kommt jetzt in den Hof. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt gerade geht mit Düngen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe nur, dass es geht. Welcher Hof ist denn hier? Der ganz unten, bei Grünhausen. Dann fahr ich da mal hin. Jo, da müsste nen Fiat 1300 stehen und nen Düngestreuer. Jo, dann guck ich mal. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Jürgen. Oh nein, 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 nein. Ah. Mist, ey. Achtung. Ich muss gerade noch die zwei Dinger hier verladen. Das ist heute aber ein bisschen schwierig. Kannst du den mal da oben absägen? Jo. Also den hier vorne. Moment, warte, bis ich zu hab. Jetzt. Jo. Danke. Komm runter da. Boah. Ähm. Ich bräuchte hier noch ein bisschen weg. Äh, bisschen, äh, müsstest hier noch ein bisschen was arbeiten. Ja. Wenn ich ein bisschen Geld hab. Jo, alles gut. Ich bräuchte auf jeden Fall mal ne Halle noch. Was zum unterstellen. Oh, das können wir ja weg. Jo. Schau mal, ein Platterlupe, das ich hab. Jo, guck mal. Jo, guck mal. Du bist aber wagemutig hier. Ja, ja, alles gut. Pass auf. Jetzt machst du mir Panik hier. Nicht, dass ich dich mit runternehme. Alles gut. Ich weiß nicht, was heute los ist. Geht es fahren oder ist es auch so schwierig? Auch so schwierig. Warte. Jetzt. Das war ein Telefon klingelt, glaube ich, Volker. Ja. Volker Varuna, hallo? Ja, hier ist der Herr Stromberger. Ja, moin. Und zwar, machst du das Rundbuchamt, oder? Nein. Ah, Mist, ey. Und zwar, der ruft, der zum Gasthof gehört. Gehört der jemandem? Der Hof, der zum Gasthof gehört. Warum? Nee. Weil sonst würde ich dort Verkehrskontrollen durchführen. Weil das ist ein schöner Platz. Dann stehe ich nicht den Gästen des Gasthauses im Weg. Ja, der gehört der Hildegard, aber die wird da nichts gegen haben, die Hildegard. Ja, dann frage ich einfach mal die Hildegard. Hallo, Herr Stromberger. Herr Stromberger. Ja, aufhören, aufhören. Tschö. Spanngurte fest und weg damit, ey. Kein Bock mehr. Du weißt nur, wo es lang geht. Äh, wo willst du denn hin? Runter zum Sägewerk? Jo. Hast du Funk an Bord? Jo. Okay, gut. Setz dich mal an deinen Channel. So. Okay. Geh in? Äh, jo. Ah, da bist du. Herr Polizist, der steht oben bei der Hildegard. Ja, da müssen wir zum Glück nicht langen. Warte mal. Tag schon. So. After. Hamster. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt läuft's, oder? Ja. Muss grad hier auf das Navi gucken, wo's lang geht. Nein, nein, nicht wirklich. Bisschen durchhackert's noch. Ja. Naja, hat sich eigentlich nichts verändert, ist gleich geblieben. Ähm, du Volker. Jo. Ich hätte für dich im Angebot für die Hallen eine kleine Easy Sheet, die kostet 9.900 Steuern und noch kleiner wäre eine Hofscheune. Die kostet 3.000 mit Steuern. Noch kleiner, aber die kostet ja mehr. Ist die dann massiv, oder? Jaja, die hat richtige Stämme, also richtige Balken. Achso, okay. Die andere ist was moderner, aber die ist halt größer, ne? Mhm. Die nimmt halt sehr viel Platz da unten. Wenn du die da unten haben willst. Ich brauch eigentlich nur was Kleines. Übertraust du die denn? Hast du eigentlich Diesel im Angebot? Ja. Ich könnte was brauchen. Okay, wie viel brauchst du denn? Können wir hier gleich mal tanken? Oh ja, klar. Dann fahr ich hier grad mal rein. Müsste noch was da sein. Jetzt fahr ich hier in 250 Liter. Kacke draußen mal. Ja, ich glaub ich muss das Fass wegstellen, oder? Mhm, jo. Ich guck mal grad, ob was drin ist, überhaupt. Na, ist gar nichts drin. Oh, schade. Ich ruf den Sepp mal an. Er soll direkt was hier runter bringen. Ja. Ja. Aber dann machen wir es wann anders. Ich bin noch, hab nur halb voll. Da drauf. Ja. So, ich muss mal gerade überlegen, es ist eigentlich nichts dazugekommen hier, woran das ganze Ding liegen könnte. Volker? Jo. Wie viel brauchst du denn im Trecker? 250. Kann dir die Tage was vorbeibringen sonst? Jo. Aber mal kurz off-RP, ich bin tatsächlich am überlegen, was gerade so die Lags verursachen können. Jetzt läuft es wieder, bisschen besser. Ich vermute mal Feuerwehrfahrzeuge. Die schlucken richtig viel an FPS und allem. Ja, sind die aktiv? Naja, aber die sind halt auf der Map, richtig viele oben an der Feuerwehrwache. Dein Gewicht spielt bei mir ins Fahrerhaus, ey. Bei mir noch nicht, bei mir bist du noch entfernt. Ne, bei dir. Achso. Der Frontlader macht auch Faxen. Ja. Ja. Da unten wurde der Sept im Netz geblitzt, ne? Wo? Ja. Ja, hier auf der Strecke. Ja. Okay. Okay. Der ist fast bis zu deinem Hof hinten, ja, ich würde sagen, der ist bis zu deinem Hof hinten ausgerollt. Hehehe. Doof gelaufen. Ja. 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 Jetzt lügt es. Jetzt sind wir so ganz kurz. Mei, Mei, Mei. Bremsen. Ich wär mal hier die Straße. Ist immer gut. Ich funke gerade den Zap an. Jo. Dann landen ich das Holz auch hier. Ich weiß gar nicht, ob Sanim damals den Adorandi hier runtergefahren hat. Muss ich gleich mal gucken. Ah ja, da hinten steht er. Perfekt. Das ist nur die Frage, wo die Palettengabel dann ist. Würde ich nämlich gleich ein bisschen Holz da verladen. Äh, Paletten verladen. Da bin ich wieder. So. Oh, schön. Immer ein bisschen kompliziert hier rein zu kommen. Vor allen Dingen jetzt. Der ist aber auch eng mit dem Baum hier. Jo. Da sind wir gut rumgekommen. Noch bin ich nicht drauf. Oh, das kriegst du hin. Und du läufst so gut mit dem Sägewerk. Ich muss gleich mal gucken. Ich weiß gar nicht, was ich an Paletten schon produziert hab. Hm. Mich wundert, dass noch keiner Diesel bestellt hat. Da hat wirklich noch keiner Diesel bestellt, ne? Ja, wie gesagt. Ich bin viel unterwegs. Ich werd wahrscheinlich bald mal rauchen. Ja, der Ari auch. Der hat beim Terros den Tank schon halb leer. Oh ne. Jetzt kriegst du den hier nicht hoch geschoben. Ja, warte mal hier hinten. Warte mal kurz. Jo. Fack den mal weg. Ja. Warte mal hier hinten. Warte mal weg. Ähm, äh, okay. Jetzt will wieder einer nicht, ey. Das ist wie immer. Ah, jetzt. Ja, jetzt hat... Achso, ja, ist okay. Passt. Noch was? Nö, das war's. Okay. Wie viel ist denn da drin? Muss ich gleich mal gucken hier. Kannst ja mal mit rüberkommen gleich. Oh, ja, da ist genug drin. 137.000. Mhm. Festmeter. Aha. Nur ein bisschen dunkel ist hier. Ja. 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 Ja.